Hallo Leute und herzlich willkommen in Ilias Welt mit Arve und Atreo, Thomas und der Aria. Sagst du auch Hallo? Sagen wir alle Hallo. Hallo! So, wie ihr ja wisst, ist heute Ostersonntag und ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Auf jeden Fall gibt es bei uns ein Ritual und zwar müssen alle durch den Garten gehen und unsere Ostereier suchen. Und das machen wir heute mit euch. Und zwar, wir suchen nicht jeder einzelne Ostereier, sondern ein riesiges, goldenes Osterei. Also ich weiß nicht, ob es riesig ist, aber ich habe gehört, es ist Gold. Das haben meine anderen Familienmitglieder irgendwo in unserem Garten versteckt. Und wer es zuerst gefunden hat, der hat gewonnen. Bala! Ich will gar nicht mal verlieren. Ich glaube, das will keiner. Ich glaube, niemand will verlieren. Die Aria hat abend den Haaren... Oh, wieder eine Puppe! Ja, ein Puppe! Hat auch einen Haarreifen. Such mir jetzt das Ei. Ja! Ja, komm her. Ich glaube, das wird so gut sein. Okay, such mir das Ei. Ja! Los geht's! Los geht's! Boah, Thomas. Boah, wie sieht das wohl aussehen, dieses Ei. Ist das goldene Ei? Ja! Ich glaube, noch nicht. Ich glaube, wir müssen auch ein bisschen weitersuchen. Was ist da? Ihr Häuschen! Wow! Hi! Jetzt schauen wir mal ins Häuschen rein. Suchen wir mal, okay? Also, Aria, suchen wir mal. Schauen wir mal unter der Bank. Unter der Bank. Ist da unter der Bank was? Siehst du was? Der ist da. Könnte das sein. Ich sehe es nicht. Oh! Hallo, Osterhase. Hallo, Osterhase. Komm! Hier ist keins. Oh, keins. Schau mit einem Boot. Hier haben wir uns. Hier haben wir uns. Ich weiß nicht. Ich sehe es nicht. Ich weiß nicht, ob ich blind bin einfach. Irgendwo muss es hier sein. Ich schaue jetzt mal dahinten. Magst du ihn noch an, wenn du ihn in Osterhasen? Magst du ihn mitnehmen? Mitnehmen? Magst du die Osterhase mitnehmen? Da ist unsere Station. Aber da ist nichts. Also muss es woanders sein. Hier haben wir uns nicht logen. Aber es könnte sein, dass es hier irgendwo drin liegt. Schau mal, da hinten ist ein echtes Geheimversteck. Das ist richtig viel Platz. Au! Dornen. So. Das ist unser neues, cooles Häuschen für die Aria. Das haben wir ein bisschen versucht auszusehen lassen wie unseres. Und die Aria liebt es. Kuckuck. Hallo. Ist da das Ei drin? Schau mal. Die Pelster. Ich schau von der anderen Seite. Ja, die Pelster. Ach so. Ist das hier so schön der Blumen? Nein, 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 nein. Ein bisschen Parkour laufen. Blumen, 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 wo seid ihr? Nimmst nicht die Flos. Ja, nehmt ihr den in den? Ja, auch nix. Stahl, da haben wir noch gehört. Auch nix, genau nix. Könnten wir nur nachsehen. Hallo, nix. Guck, guck, hallo. Hallo. Such mir die Osterei, da ist die Ei, nein, 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 ich glaube da ist das Ei, aber hey, schau, da sind Körbchen, im Pferd, und die Baby, und die Körbchen, okay. Hallo Ei? Nein. Osterei? Nein. Hallo, hallo. Hast du das Ei schon gesehen? Das Ei schon gesehen. Hast du schon gesehen das goldene Ei? Ja. Wo denn? Wo hast du das Ei gesehen, meine Prinzessin? Wo? Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht, aber du hast doch gerade gesagt, du hast es schon gesehen. Gesehen? Ja. Du hast gesagt, du hast es gesehen. Er ist schon? Ja. Okay. Du hast doch, zeig mir, wo es ist. Zeig mir, wo ihr Ei ist. Zeig mir, wo ihr Ei ist. Ich muss mir jetzt ausdenken, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich schauen soll. Aber ich schaue einfach irgendwo. Was ist da? Oh! Dann suchen wir mal weiter. Uh! Ist es da Ei Ei? Nein. Nein. Wir müssen weitersuchen. Da Ei Baum? Upsa. Ei Baum. Guck, guck. Das war Ei Ei! Ich habe es! Ja! Komm! Ja! Die Armin hat das Ei gefunden. Was? Wahnsinn! Wahnsinn! Ja! Ja! Komm, Marius! Ja, wir haben Ei gefunden! Das Ei! Das goldene Ei! Warte, dann setz ich mich zur Matriere rüber. Ja. Ja, setz wir mal zur Matriere. Darf ich mich zur Linie sitze? Nein. Dann setz du dich da rüber. Okay, gut. Wo passt das? Wo wir alles sehen. Wollen wir uns so? Irgendwo wollen wir den Osterhasen machen? Ja, da so. So ist gut. Okay, seht ihr alle? Ja. So ein großes Ei, was ist da drinnen? Da bin ich jetzt auch gespannt. Okay, wir öffnen jetzt. Wow! So viel Schokolade und ein Rummelons! Ein Los! Ein Rummelons! Ein Riefer! Die Aria will auch! Ein Rienkiefer! Wieder Schokolade! Juhu! Und schau mal, wie viel Schokolade! Aria, schau mal! Schmeckt dir nicht gut? Schaut mal! Schaut mal, ich habe auch ein goldenes Ei gefunden! Wow, so viele Eier! Ich möchte das blaue probieren. Ich habe auch das blaue. Ich habe gerade das rote. Das ist doch ein mega Geschenk, oder? Und euch wünschen wir noch viel Spaß beim Ostereiersuchen! Tschüss! 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 Oh, das ist ein bisschen.